Einen Applaus für die fünfmaligen Gewinner der nationalen Cheerleading-Meisterschaften, die Mighty Turals! Ihr seid Cheerleader. Cheerleader sind Tänzerinnen, die etwas zurückgeblieben sind. Habt ihr schon aufgegeben? Was ist denn los? Junge, du hast verloren! Warst du schon mal bei einem Cheerleading-Wettbewerb? Wir sind die Besten. Wir haben Spaß, arbeiten hart und gewinnen die nationalen Meisterschaften. Wir haben ein Problem. Und womit? Eure ganzen Nummern sind geklaut. Wir haben seit Jahren die beste Truppe, aber keiner weiß, was wir drauf haben. Wir kriegen Schwierigkeiten. Glaubt mir, dieses Jahr wird alles anders. Ich schwöre, ich hatte keine Ahnung. Meinst du, etwa eine Weiße hätte sich diese Nummern ausdenken können? Es geht nicht um Betrug. Es geht ums Gewinnen. Machen wir diese weißen Girlies fertig, damit ich nach Hause komme. Vielleicht sollten wir uns mit ihnen frügeln. Ich engagiere die berühmten Versager für 200. Halt's Maul, du Arsch! Ihr wollt's uns zeigen? Dann hängt euch rein, wenn ihr zu den Meisterschaften fahrt. Wenn wir euch schlagen, wissen wir, dass wir besser sind. Wir werden's schaffen. Keine Angst. Wir brauchen was Neues. Etwas Verrücktes und Originelles. Wir sind doch die Besten. Also beweisen wir es oder halten die Klappe. Wir ziehen's durch. Vielleicht sollten wir auch bei denen mitmachen. Wir sind so happy. Wir sind it an!